Der Vitikult ist ein Blaufränkisch, der in gebrauchten Barrique ausgebaut wurde. Je nach Jahrgang zwischen 15 und 18 Monaten. Man hat hier diese wunderbare, schöne Kombination aus der Frucht in der Nase, Kirsche, Weichsel und man hat schon leichte Röstaromen, die an Haselnuss, an Milchschokolade erinnern. Und Vitikult ist ein ganz besonderes Projekt im Mittelburgenland, weil zu Vitikult haben sich neun Top-Weingüter aus dem Mittelburgenland zusammengeschlossen. Und diese neun Top-Weingüter haben sich zum Ziel gesetzt, einen Barrique ausgebauten Blaufränkisch mit einem unerreichbaren Preis-Leistungsverhältnis auf die Flasche zu bringen. Und somit kostet der Vitikult unter 10 Euro. Und der Vitikult ist dreimal 100% Mittelburgenland. Weil man hat 100% des mittelburgenländischen Terroirs, man hat 100% der mittelburgenländischen Leitsorte Blaufränkisch und man hat 100% der Handschrift der neun Top-Winzer, die sich in den neun Vitikult-Weinen widerspiegeln, in Glas vor sich. Und was es zu Vitikult nämlich noch anzumerken gibt, ist, dass wir ja mittlerweile schon Patentinhaber sind. Vitikult hat nämlich ein Patent auf den neuner Karton, weil es sind bislang nur 6er und 12er Kartons im Einsatz. Und wir haben einen neuner Karton patentieren lassen, wo jeder der neun Vitikult-Mitgliedsbetriebe jeweils eine Flasche des Vitikult drinnen hat. Und das ist natürlich auch super für eine Party, für Verkostungsrunden, weil hier hat man in einem Karton eine geballte Ladung Mittelburgenland und das zu einem sehr interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis.